Willkommen zurück hier bei Life in the Woods bei Los Ruclos, Leco Mio. Mäh. Wird mich aber nicht hindern und zwar werde ich jetzt mal ein bisschen Marble hier durchbrennen. Ah, da hatte ich noch Kaktusgrün. So, sei ja schön. Das wird einmal durchgebrannt. So, dann möchte oben die Außenwand, darf gerne... Ich mach's jetzt praktisch umgekehrt. Hier ist ja die Wand, ist weiß und ich möchte aber drinnen dann... Also die Außenwände oben werden dann Holz und die Innenwände dann praktisch aus Marble, weil ich brauch diesen Kontrast einfach irgendwie. Und jetzt will ich mal sehen. Ich werde gleich noch ein bisschen Eichenholz besorgen müssen. So, ich kann mal was sagen. Na? Wir haben inzwischen 51 Diamanten. Durch diesen Hammer, ne? Ja. Alter. Ja, da wird der eine oder andere Sachen, 51 Diamanten, ja. Aua. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Aber für den Anfang ist das schon echt gut. Das ist krank. Ja, sag das nicht. 51 fucking Diamanten, ey. Wofür brauchen wir so viele Diamanten? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab's ja erst mal mitgenommen. Ja, mit dem Hammer da. Ja. Irre. Immer wenn ich aufnehme, kribbelt mir die kacke Nase, Alter. Ne, ich hab das alles vor, ich bin da alles vor der Aufnahme losgeworden. Nein, das ist so, einfach nur so ein Kribbel. Ja. Du denkst mir, wie du euch gerade zwei Mal genießt hast. So, ich besorge noch ein bisschen Holz. Genießt oder genossen, wie auch immer. Genießt und genossen, super. Ich höre hier irgendwo eine Ratte oder so. Ähm. Die Saplings möchte ich mitnehmen. Ich muss mal irgendwie... Ich würde mir gerne dann... Ich würde auch gerne einen künstlichen Wald irgendwie aufbauen oder so. Ja, kann man das machen. Da ist eine Sau. So, ich finde die... Die Eichenholzbäume sind so mega klein. Ich würde gerne mal wissen, wie stark so ein End ist da. Ich würde gerne mal einen angreifen. Viel Spaß. Sind die ganz schlimm? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Habe ich noch nie getan. Aber es interessiert mich, wie stark die sind, wenn die zurückschlagen. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt zurückschlagen, zumal wir hier nochmal einen Tag schlafen. Ja, das stimmt. Von daher kannst du nur probieren. Ob es das wert ist, weiß ich nicht. Wenn du verreckst, lache ich dich aus. Habe ich die mitgenommen? Ja. Ich nehme auch... Oh, ey. Kaum bin ich... Was ist das denn hier? Äh, ein Obsidian-Kachel. Newland. Was? Ja, da wo ich bin. Wo bist du denn? Ähm. An der Seite von meinem Haus vorbei. Überlege, ob ich den mal mitnehmen soll. Dann kann ich den vorne aufbauen. Kriege ich den auch so weg oder brauche ich dafür eine Diamant-Spitzhacke? Ja. Obsidian kriegst du nur mit... Dann gehst du den an deinem Haus vorbei. Ja. Ja, dann brauche ich eine Diamant-Spitzhacke, wa? Ja. Ich merke mal einfach, warte mal, warte mal. Ich will mal gucken. Ich sehe dich nicht. Guck doch, ähm... Mann, ich bin praktisch, ähm... Da, wo der Wintergarten hin soll. Den Berg hoch. Ja. Okay. Also hinter deinem Haus. Wozu die Bäume stehen. Ja, ja. So. Aber eigentlich könnte man sich doch auch schon Werkzeuge aus den Diamanten machen, oder nicht? Ja, aber ich will mal gucken, ob der Hammer das auch abbaut. Wie weit bist du denn du hindurchgelaufen? Ein kleines Stückchen nur. Hä? Wieso findest du mich nicht? Ja, wenn ich das nur wüsste. Soll ich mal zurückkommen? Ja, gehen wir zu deinem Haus zurück. Ich nehme noch ein paar Blumen hier mit. Also ich sehe jetzt den Tempel. Ich sehe auch mein Haus. Du siehst dein Haus? Ja. Ja. So. Ich sehe dein Haus. Ja, neben meinem Haus. Ich sehe auch deine Schmelze. Du siehst die Schmelze. Ja. Okay. Da ist ein großer Baum. Neben deiner Schmelze. Ja, ist Baum abgebaut? Okay. Hier. Hallo. So komm mit. Hallo. Oh, Saplings. Und hier unten ist der Kollege. Den will ich haben. Da runter gehen. Gerade durch. Genau. Den. Hast du ihn gesehen? Nee, ne? Nee. Da hinten steht eine Fackel. Da ist er, wo die Fackel ist. Warte. Hier unten im Tunnel drin, oder was? Hier. Hier bin ich. Welchen Tunnel? Hier. Siehst du meinen Namen? Guck. Da. Ach, da oben. Da oben ist eine Fackel. Den möchte ich gerne haben. Ach. Das Ding. Das ist ein Obsidian-Totem. Ja. Ja. Wenn der weg ist, werde ich sauer. Oh. Ach du Scheiße. Ich habe schon alles eingesammelt. Ich bringe es dann hoch. Ja, ich habe auch ein bisschen was eingesammelt. Sehr gut. Aber das Totem will ich haben. Eigentlich. Hä? Ich habe das Totem nicht. Das ist weg. Ja, weil ich es wahrscheinlich eingesammelt habe. So, ich habe zwei. Das. Das. Ja. Da. Da. Die kleinen Teile bringe ich dann alle nachher weg, ne? Ja. Nimm alles mit. Ich nehme alles mit, bringe das alles rüber. Okay. Wir müssen aber auch irgendwann echt mal anfangen, mal nicht mehr nur auf Friedrich zu spielen. Ja, ja. Aber solange ich da baue, kannst du es vergessen. Ja, ich sage es ja nur. Weil wir brauchen auch irgendwann mal Mats. Ja, ich habe eine Höhle. Eine Höhle. Okay. Ah, ja genau. So. Oh, Marmor. Aber das ist gechisselter. Brauchst du erst einmal nicht, weil wir haben, also ich habe jetzt 51 Marmor und ich habe noch zweieinhalb Blöcke. Den ich nur durchbrennen, den ich nur durchbrennen muss. Toll, Scheiße. Hm? Äh, ich muss einmal ganz kurz dieses Lied entsorgen, ne? So, warte. Ich heirate ja gerade. Ich verstehe auch nicht, warum wir immer nur so eine komischen... Dich nehme ich mit. Dich brauche ich aber. Das könnte man aber gut nehmen für... Ach nee, das sind ja die, ne? Was ist denn da drunter? Auch gechisselter Marmor. Scheiße. Ah. Blade. Ich sehe ganz viel. Also, auf dem Spielstand werde ich niemals in den Dschungel gehen dürfen. Okay. Ja, weil, ähm... Das wird er nicht mitmachen. Aber... Aber... Ich denke, ich werde das durchziehen. Mit dem Server. Okay. Ja. Und die Musik ist so anstrengend gerade. Ich will keinen Gummibaum. Oh, 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 oh. So, Stängelgarten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bin ich runter verloren? Disconnect vom Server? Ne. Was sind denn überhaupt gemacht? Nein. Ich bin noch da. Okay. Versuch mal. Ich bin auf dem Weg. so ganz hundertprozentig läuft es ja nicht ne und schon wieder so ein komisches lied es geht gar nicht die verbindung wurde vom remote host beschlossen sprich du verwaltest mir mal wieder nein die verbindung doch moment aber ich sehe dich da online warte mal ein schluck kaff habe ich noch ja du bist da ja jetzt habe ich einmal an und ausgemacht okay sieht aber schlecht aus mann bis gleich ja wieder da ihr lieben wieder da mussten wir erst mal ich muss erst mal den rechner neu starten voll schöne schese ich hätte doch ein bisschen kohle mit ne ja genau ach ja die obsidian kachel was sagt das sehr schön hattest du hatte ich ja ich brauche mir marmor ja ich habe jetzt ein deck also fast zwei steaks perfekt und wird noch anderes zeug durchgebrannt gerade die musik ist irgendwie ein bisschen komisch ja dann musst du dir neue musik suchen so zwei steaks ich komme irgendwie gefällt mir jetzt aber mit anschwung jetzt mal rüber laufen irgendwie gefällt mir die obsidian kachel da drinnen nicht tach hallo danke bitte so und einmal hoch also irgendwie es tut mir leid ich muss die musik entsorgen was haben wir denn hier haben wir irgendwo schon mal zuckerrohr zuckerrohr ja ja ansonsten auf dem feld aber erst wenn dann erst ab dem zweiten abpflücken ja natürlich natürlich bin übrigens doch ziemlich unzufrieden womit mit der wand hier ich will die doch weiß haben also außen außen muss anscheinend doch marmor nützt nichts nützt nichts nützt nichts ich ertrag das nicht das sieht schese aus der tempel da hinten ist nur zur hälfte da habe ich doch glatt eine schacht übersehen ich habe eine schacht übersehen ich habe eine schacht übersehen aber es ist schon okay und den und den obsidian mann das totem totem erinnert mich sofort an life is strange ich freue mich so auf den zweiten teil ja aber erstmal kommt ja jetzt bevor das doben ja genau eigentlich meinte ich den auch ich wollte gerade sagen das ist aber nicht das zweite teil ja ich weiß ich weiß aber der nächste teil jetzt da freue ich mich richtig drauf bevor das doben ja bevor das doben genau und sobald es draußen ist fange ich das sofort an aufzunehmen oh ah shane darauf freue ich mich richtig so das muss ich mal gucken stabelblätter so ähm so jetzt aber wenn es manchmal so ein bisschen ruckelt das nervt mich so ja das ist schon viel schöner aber irgendwie ich weiß nicht ob ich hier das schlafzimmer haben möchte oder doch drüben ich weiß es noch nicht aber irgendwie ich bin noch sehr unzufrieden aber eigentlich müsste das ja reichen als schlafzimmer eigentlich ja mal sehen da mache ich noch eine Tür rein das muss ich noch abhacken so und dann muss man mal immer so ein bisschen ein paar Touren machen und ähm ich finde es eigentlich relativ geil mit den Höhlen und so und auch ähm dass man dann ähm auf nicht friedlich gestellt hat also eigentlich gefällt mir das schon relativ gut okay und eigentlich würde ich auch gerne bald eine machen was? Höhentor können wir doch machen ja ich weiß noch nicht ob ich das dann in der Aufnahme machen soll weil wenn es ruckelt und da kommen wieder die Viecher kann ich ja nicht eingreifen weißt du was ich meine? äh ja das sollte ich hinkriegen wir müssen mal schauen wie wir das machen so und da ich hole mir erstmal meine ich habe übrigens bitte nicht die Saplings abpflücken die habe ich alle dahin gesetzt zum wachsen ich setze keine Saplings ab das ist super da brauchst du dir keinen Kopf machen super super denn ich habe hier nämlich mein heiß geliebtes Eichenholz hingehängt hingehängt ich habe es da hin platziert damit ich das schön ja ähm alles ist lautlos ne? nur das nicht nur das nicht nur das nicht so das wird bei der Wintergarten da den mache ich noch nicht ich will jetzt erstmal die Räume einteilen erstmal die Räume einteilen damit ich die ähm irgendwie hier unten es ist eigentlich ganz hübsch wenn man hier unten ähm so Rüstung und sowas ähm vorstellt irgendwie ich würde auch gerne mal größere Touren machen und nicht nur bauen ja scheiße nein äh ich dachte ich ach doch hier ich hab mich da okay alles gut alles gut Robotergriffschablone das das Papiergriff so jetzt brauche ich das ich verstehe nur Bahnhof äh äh bitte wie äh bitte wie bitte was ich sag dir ich verstehe nur Bahnhof man wovon von dir warum du weiß ich nicht bei dir kann ich ja nicht sehen was du da treibst ich mache gerade einen zweiten etwas besseren Tinkerhammer so weit bin ich noch nicht bevor du jetzt fragst warum einfach nur weil ich es kann es war abzusehen oder es war abzusehen es war doch wirklich abzusehen verdammt was denn ich spreche mit mir selbst ist alles gut also ok ähm das das sieht aber auch nicht so schick aus ne mit der Erde da was für Erde ach da in meinem Haus und der Kollege da der gefällt mir auch nicht aber den kann ich jetzt nicht abbauen so 25 Eichenholzklötze haben wir noch ich finde die Toilette die Toilette äh unter der Treppe die Toilette unter der Treppe finde ich richtig geil ja 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 so so jetzt muss ich nochmal gucken wo der Meteor war ähm wenn du Richtung Feld guckst dahinter irgendwo glaube ich ja ja weiß ich aber ach dort hinten ja ich sehe es was willst du vom Meteor an äh die Lava die dort ist ok ja da braucht auch umgeben von Lava naja da habe ich eine habe ich wenigstens mal eine Lava Quelle wo ich auch weiß wo sie ist ja 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 so und jetzt habe ich kein Holz mehr ok muss ich mir neues holen aber ich lasse es dann mal wachsen oh oh mauu oh katze der terrorisierende Kater oder was nee armes Mietze Kätzchen sitzt vor der Lava maulst ach so ich dachte dein echtes Katzentier ne ich weiß gar nicht wo die stecken das ist kein gutes Zeichen ja entweder auf dem Balkon oder bei mir im Schlafzimmer nimmst von Bäden oder mach ich hier so ein offenes Schlafzimmer das sieht aus als würde die Teil fliegen sagen sie mal junge Dame was machen sie denn da wie kannst du denn fliegen ich flieg gar nicht hast du Klatschi oder was nein dein Haus wird bloß noch nicht angezeigt da hat er Klatschi hat er Klatschi hat er Klatschi hat er Klatschi von Feinstein ja du anscheinend auch nein hihihi bleh überhaupt nicht nein alles gut nein mir gehts prächtig Bombe aber hallo nein nein du alte Kacke geht er mit nicht du er hier er hier er hier geh weg Fackel geht jetzt nicht na Kollege Ronda oh man ey also ich hab das Gefühl Deko Craft macht zusätzlich auch noch ein bisschen rücklicher kann das sein das ist durchaus möglich ja oh shame shame hm was für ein Glas könnte ich denn da reinsetzen da brauchst du den Fallchen hm also ich mag ja das äh klare Glas aus der Schmelze ich will so ein gechilltes Glas noch was hab ich denn warte mal mein Marmor mach ich mal hier oben rein ne das ist nur äh kotz dich aus alles gut so ich schmeiß das jetzt erst hier rein ich geh jetzt nicht rüber ähm und ich brauch noch einen Hammerkopf den da brauch ich noch hm dazu brauch ich aber noch ein bisschen Eisen ach die Blumen die Blumen müssen da rein ach ich hatte dir mein ganzes Eisen gegeben ne ja ok ähm schlafen äh jetzt schon ja na dann geh wenn ich schon ja ich auch ich auch ich auch ich auch äfft 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 sie mich gerade nach junge Frau dann sagt sie plötzlich nix mehr doch ich hab geantwortet ich hab den mit dem Kopf geschüttelt mhm 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 ich hab so viel Shit in meinen Rucksäcken mhm ich auch momentan mhm 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 ich hab das ding doch gerade in die truhe gelegt dieses ruckeln macht mich fertig ach was ist das denn glatter sandstein aber mann ich habe nicht weit kommen da werde ich nicht weit kommen ich sollte eigentlich mal die playlist vernichten der hat die modifikatoren gehabt ok ja bitte das ist schwer mich auf das spiel zu konzentrieren und dabei noch wachsen zu machen ok ich bringe noch ein bisschen zuckerrohr mit zuckerrohr zu koko 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 du spinnst echt was nein halt das maul ey Basalt? Was ist denn Basalt? Hochengestein Achso So Okay Es geht voran Hm? Nichts, ich feiere nur mein Leben Mhm Toll Alte Pisse Oh, Entschuldigung Ich wollte ja nicht mehr so sprechen Ah, je, je Ist gar nicht so einfach So Hast du dich mal zusammenzureißen? Ja, Mann So Da ist Geschmolzenes Eisen Ich nehme mir ein bisschen Sand mit hier Huh Was ist das? Come on, Reed Brauchen wir das? Sagen wir jetzt gerade mal gar nichts Okay Common, Reed Das sind so ne Wasserdinger Ja Also Wasserpflanzen So, die wachsen da so im Bach hier hinten Okay Sind relativ hübsch Was ist das denn hier oben? Nimm doch mit Äh Geladenes Zertus Quarz Erz Was macht das denn hier oben? Bitte mitnehmen Hatte ich vor Nice Nicht schlecht Nicht schlecht Ach, scheiße Warum macht das denn jetzt Gold? Achso, das kann ich auch ab Ach, ich wollte gerade sagen Hä, was macht denn das hier oben? Tja, keine Ahnung Da ist ja noch mehr Da ist noch mehr Freu dich doch Ja, wir brauchen das ja eh Richtig So Nehme ich gleich mit So Wie wollen wir das denn hier alles Also irgendwie ist die Playlist für den Arsch So, und dann wollte ich mal gucken Ob da unten vielleicht auch noch irgendwas rumfladdert Die Itzi-Bitzi-Hitzi-Mitzi-Kitzi-Fritzi Fritzi-Mitzi-Pitzi Dizzi-Dizzi-Kritzi Oh Gott, was hast du heute genommen? Das Lied Itzi-Bitzi-Schnitzi Schnitzi-Mitzi-Pitzi Pitzi-Mitzi-Ritzi Ritzi-Mitzi-Kitzi Lass mich hier raus Oh, hier sind schöne Blähungen Violett Nimm mich mit Wo bist du? Wo bist du denn? Wer denn? Na, die Mietz Das weiß ich doch nicht Ja, ich auch nicht Die mautzt hier rum und weiß nicht, was sie soll So, wir nehmen schön Sand mit Wir brauchen den Sand Ich habe ja gehofft, sowas wie Ton noch zu finden, ne? Ja Ja, ist ja sehr gut Was ist das da? Hast du doch keinen Ton gefunden? M-m-m Das ist eigentlich ganz gut gewesen Dann müsste ich jetzt nicht los Aber So kann man sich ein bisschen andere Farben anschauen Ja, genau Was ist das? Basalt Marmor Oh, Marmor, gechiselt Ich will keinen gechiselten Ich will einen richtigen Marmor La, 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 la La, 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 la Nachst du selber, dass du durchgetreten bist, ne? Ich? Ach Gar nicht Ich bin voll nett Manchmal Hier ist Kreide Ich feiere die Musik Die ist so anstrengend zwischendurch Aber es ist okay Oh, da ist Kohli Joy to the World singt er Mhm Ja Du nicht Ich nehme die Kohle gleich mit Das ist doch richtig schick Das gibt ein schönes Feuer Das gibt ein schönes Feuer Ich freue mich so sehr So, das Alter Ich mag Kohle Achso, ja, das kommt ja nicht hier rein Das kommt ja da rein Aber Kreide Sieht doch fast aus wie Marmor Ja Hm Äh Wo rennst du jetzt eigentlich rum? Äh, hinten Was heißt denn hinten? Äh Sand holen Hier in deiner Nähe noch Hast du Angst, ich lasse dich allein oder was? Ne, ich wollte dir bloß den Hammer geben Achso, ja, nice Aber jetzt gerade geht nicht Musst du kurz warten, bis ich zurück bin Ja gut, dann musst du dann nochmal Bescheid geben, wenn du wieder da bist Ich bin gleich da Ich sollte eigentlich genug Glas haben Äh, Glas, ja Nein, nicht Glas Aber Ja, hab ich Ich komm mal rum, ne? Ja, mach Mietzi, pass auf Sonst ertrinkst du Hier hast du schon den ganzen Ton rausgeholt, kann das sein? Das kann durchaus möglich sein Oh Sünde, der arme Maulwurf da Der Maulwurf stirbt Der schreit Komm da raus Er hat noch ein Herz Ich brauch so'n Warte, ich möchte ihn retten Oh Scheiße Der kann sich nicht eingraben, weil Hab ich nicht so'n Netz? Da Ich nehm ihn mal mit Oh Gott Der arme Kerl, ey Der hat geschrien Oh Sünde, der hat richtig geschrien Sünde, ey Wo bist du? Oben im Lagerhaus Alu-Kies Und Ja 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 Ich muss einmal kurz was tun Moment So Ich hab nur ein Programm beendet Was wolltest du von mir? Das hast du schon im Inventar Oh Oh mit Glück drauf, Alter Das ist mein Hammer Oh Ich hab mir jetzt einen Etwas anderem gemacht Oh nein Oh nein, wir hatten noch Sand Oh nein, wir hatten noch Sand übrigens, glaube ich Ja Ja Ja, wir haben noch ne Menge Sand Oh Und auch viel Erde Egal Egal Feldabformen 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 Äh, bist du gerade in der Nähe von dem Bett? Ja Dann los Das klang mit dem Bett Das klang mit dem Bett Das klang nicht erotisch Das war Ich sag mal danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal